Auf dem Dach von unserem Auto hat es sechs Kameras, je zwei in eine Blickrichtung, also zwei nach vorne, zwei nach hinten rechts und zwei nach hinten links und diese Kameras nehmen die Gegend auf, wo wir mit unserem Auto durchfahren. Also wenn wir fahren, lassen wir die Kameras permanent laufen und zusätzlich hat es auf unserem Dach noch ein GPS, der genau die Position des Autos aufnimmt, wo wir uns gerade befinden. Im Auftrag vom Bundesamt für Strassen Astra haben wir die Aufgabe gehabt, um sämtliche Verkehrssignale entlang der Nationalstrasse zu erfassen. Die Erfassung ist dann mit dem speziellen MS-Fahrzeug vor Neutas passiert und wir haben die Aufnahme im Büro ausgewertet, einen Plan mit dem Verkehrssignal hergestellt und entsprechend die Daten dem Bundesamt zur Verfügung gestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017